Füße stillhalten ist nicht so dein Ding? Du willst lieber loslegen und was unternehmen, hast aber null Bock auf Hamsterrad? Und schnorcheln im Haifischbecken ist für dich auch nur vergeudete Lebenszeit? Na dann mach's doch anders und gib deiner Schaffenskraft einen Sinn. Moin Moin, mein Name ist Lars und in diesem Video möchte ich mit dir zusammen herausfinden, ob dann nicht ein Studium der Institutionsgestaltung genau das Richtige für dich wäre. Und wenn du dich jetzt fragst, so ein Studium, das war's bitte? Ja, zugegeben, den Studiengangsnamen, den muss man dann mal so ein, zwei Wochen vorm Spiegel üben, aber dann macht dir bei Scrabble auch keiner mehr was vor. Worum geht's? Schauen wir es uns an. Ausgangspunkt des Studiengangs ist die Beobachtung, dass Menschen Großartiges leisten, wenn sie sich organisieren und etwas unternehmen. Sei es der Buchdruck, sei es, dass wir Menschen auf den Mond gebracht haben oder auch, dass wir allein in Deutschland aus 6000 unterschiedlichen regionalen, saisonalen Biersorten auswählen können. Fantastisch, großartig, was Menschen zu leisten imstande sind, wenn sie sich organisieren und etwas unternehmen. Verschweigen dürfen wir dabei allerdings nicht, dass, wenn Menschen sich organisieren, etwas unternehmen, sie in der Regel eine Schneise der Verwüstung auf diesem Planeten hinterlassen. Dass wir sozialökologische Gefüge hier wie anderswo ausbeuten und zerstören, aber nicht nur mit der Natur, die wir Menschen nicht sind, zerstörerisch umgehen, sondern auch mit der Natur, die wir Menschen selber sind, mit uns selbst, uns überfordern, uns ausbeuten und nicht nur mit uns, sondern auch miteinander auf eine zerstörerische Art und Weise umgehen. Wenn wir mit unseren Freundinnen und Freunden so umgehen würden, wie viele Menschen mit ihren Kolleginnen und Kollegen umgehen, naja, dann hätten wir vermutlich keine Freundinnen und Freunde. Und zu allem Überfluss haben wir uns dann auch noch eingeredet, dass wir im Hamsterrad richtig Strecke machen können. An genau dieser Stelle kommt der Studiengang Ökonomie, Verantwortung, Institutionsgestaltung ins Spiel. Wie jeder Masterstudiengang auch, besteht dieser Studiengang aus vier Semestern und im ersten Semester widmest du dich zusammen mit den Studierenden der anderen Masterstudiengänge unserer Hochschule der Frage, wie konnte das jemals normal werden? Wie konnten wir uns jemals daran gewöhnen, dass selbstverständlich Unternehmen eine Schneise der Verwüstung in dieser Welt hinterlassen? Dafür beschäftigen wir uns einmal mit der Frage, wo kommt das eigentlich her? Wo stehen wir da heute? Und wo könnte es zukünftig weiter hingehen? Welche Anteile hat ökonomisches Denken an diesen Entwicklungen? Und welche Anteile kann ein verändertes ökonomisches Denken daran haben, die Gestaltungen der Zukunft auf eine nicht mehr verbrecherische, ausbeuterische, zerstörerische Art und Weise zu organisieren? Ab dem zweiten Semester kommt dann der eigentliche besondere Dreh des Studiengangs ins Spiel. Und das möchte ich jetzt einmal mit dir gemeinsam näher anschauen. Wir beginnen dieses Studium nicht mit Bücherwissen. Es geht nicht darum, dass wir zunächst mal Bücher lesen über Selbstorganisation, über Purpose Economy, über Selbstführung, über nachhaltiges Wirtschaft, nachhaltige Geschäftsmodelle und so weiter und so fort. All dieses Wissen ist lange da, da scheint es irgendwie noch mehr zu geben, weil die Praxis sieht ja ganz anders aus. Nein, wir stellen an den Anfang die Erfahrung. Und dafür wirst du in Gruppen, wirst du mit Studierenden, mit Kommilitoninnen und Kommilitonen zusammen in Gruppen prototypisch arbeiten. Dafür werdet ihr methodisch befähigt. Wir arbeiten ja vor allen Dingen mit Methoden aus dem Design Thinking. Und dann geht es darum, dass ihr zunächst mal Dinge praktisch ausprobiert und im Prozess des Ausprobierens euch fragt, naja, welches Wissen ist denn jetzt eigentlich das Erforderliche? Welches brauchen wir denn jetzt auch, um professionell das zu tun, was zu tun wir uns eben dann vorgenommen haben? Und erst am Ende von diesem Prozess stellen wir uns die Frage, was bedeutet das jetzt auf einer theoretischen Ebene? Was können wir daraus in diesen speziellen Erfahrungen, die wir gemacht haben, was können wir daraus verallgemeinern? Das Besondere in der Art, wie dieser Studiengang konzipiert ist, liegt darin, dass wir hier nicht Fachmethoden, Sozial- und Selbstkompetenzen isolieren, also ein Modul haben, wo es beispielsweise nur um die Fachkompetenz geht, eins, wo es vor allen Dingen um Methoden geht und eins, wo es vor allen Dingen um Selbstkompetenzen geht. Nein, hier geht es wirklich darum, dass die Dinge aufeinander bezogen werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Methodenmodul hast, dann wirst du dort keine Methoden lernen, die du an anderer Stelle nicht auch einsetzt, weil du sie brauchst. Das heißt, es findet keinerlei Sandkastenlehre statt, sondern alles ist miteinander verknotet, ist miteinander verbunden und setzt sich voraus. Das heißt, wir brauchen das eine, um mit dem anderen fortzuführen. Und so verbinden sich dann eben im Studium all diese unterschiedlichen Kompetenzen und wie das konkret aussieht, was das für Projekte sind, an denen wir da dran sind. Das möchte ich dir jetzt gerne einmal vorstellen, anhand von dem Projekt, das wir uns jetzt im laufenden Sommersemester 2022 auf den Haken genommen haben. Und zwar haben wir dafür eine Kooperation angeregt mit der Monatszeitung OCHI. Das ist eine Zeitung, da geht es um alternatives Wirtschaften. Wirtschaft anders denken ist der Unterzug, also etwas, was uns als Hochschule sehr nahe steht. Und bevor wir jetzt rangegangen sind und irgendwelche Bücher oder irgendein abstraktes Theoriewissen uns angeeignet haben, haben wir zunächst einen Auftakt-Workshop organisiert, beziehungsweise die Studierenden haben selbst einen organisiert. Das sah dann so aus. Das heißt, ganz wichtig, vorneweg, wir haben Kekse, nein, Spaß beiseite, ganz wichtig, vorneweg haben wir natürlich progressive Praxispartnerinnen eingeladen. Und wie ihr hier seht, das ist Katrin, also hier in dem blau-weiß-rot-abstrakt-geblümten Bluse. Das ist Katrin, das ist die Chefredakteurin von OCHI und zugleich so inhaltlich die treibende Kraft des Blattes, möchte ich mal sagen. Was haben wir mit denen zusammen gemacht? Naja, wir haben zunächst mal einander kennengelernt. Wir haben die Probleme analysiert und wir haben begonnen zu priorisieren. Katrin war nicht allein da. Hinten links seht ihr in schwarz einmal noch Philipp, der ist für alles zuständig, was mit Social Media zu tun hat. Und dann rechts oder von Philipp aus gesehen links daneben die Schulter, die ihr da noch seht im schwarzen Schört, die gehört zu Anne. Das ist die Geschäftsführerin der Verlagsgenossenschaft, die euch hier herausgibt. Auf der linken Seite Patricia und Jule, zwei angehende Institutionsgestalterinnen. Wir haben also vor allen Dingen eines mit denen gemacht. Wir haben intensiv diskutiert und immer wieder nachgefragt, immer wieder nachgefasst und dokumentiert, um herauszufinden, wo drückt der Schuh, wo können wir helfen, wo wollen wir auch helfen. Und dabei waren wir natürlich nicht auf uns allein gestellt. Nein, wir hatten noch Zuschaltungen aus dem digitalen Raum. Gerade so in pandemischen Situationen eine natürlich auch berechtigte Frage nach hybrider Lehre. Und das ist überhaupt kein Problem. Wir haben sehr professionell ausgestattete Studios bei uns an der Hochschule. Das heißt, wir können dort mit professionellen Kameras arbeiten. Wir arbeiten dort mit Raummikrofonen, die alles abgreifen. Und so konnte Jennifer, die seht ihr auf dem Monitor auf der linken Seite, von der Nordseeküste aus diesen Workshop bei uns in Koblenz dennoch hybrid mitgestalten. So haben wir uns dann also durch diesen Auftakt Workshop hindurch gearbeitet und sind im Anschluss erst in eine Methodenwerkstatt eingestiegen. Wir haben uns dann also gefragt, was brauchen wir jetzt eigentlich, um diese Probleme, die im Raum sind, um die lösen zu können. Handelt es sich dabei um Methoden aus dem klassischen Repertoire der Wirtschaftswissenschaften, beispielsweise um Regressionsanalysen oder um andere Formen und Fragen klassischer wirtschaftswissenschaftlicher Forschungsmethoden oder rekonstruierende Sozialforschung. Rhetorische Fragen sind kein schöner Stil, ich weiß. Deswegen kürzen wir das an dieser Stelle ab. Nein, um die handelt es sich nicht. InstitutionsgestalterInnen sind an einer ganz anderen Baustelle dran. Bei denen geht es darum, dass Räume geöffnet werden, dass Bedingungen gestaltet werden, dass Kontexte organisiert werden. Das heißt, InstitutionsgestalterInnen sind nicht diejenigen, die sagen linksrum, rechtsrum oder wo auch immer, sondern das sind diejenigen, die die Räume bereitstellen dafür, dass Menschen Lösungen finden. Das sind vor allen Dingen diejenigen, die andere Menschen befähigen. Das heißt, die Methoden, die solche InstitutionsgestalterInnen brauchen, spielen auf der Klaviatur der transdisziplinären Workshop-Methoden. Und da sind wir eingetaucht. Da haben wir also eine Methodenwerkstatt gemacht und haben geschaut, welche Formen von Moderationstechniken gibt es, welche Kommunikationstechniken gibt es und so weiter und so fort. Unten links seht ihr, wie das Flip an dem improvisierten ersten Auftakt-Workshop aussah. Dann haben wir eine Methodenwerkstatt gemacht und im Sinne von der Verzahnung von den unterschiedlichen Kompetenzen ging es jetzt hier nicht darum, nur irgendwelche Flips zu malen, sondern mit diesen Flips, die wir dort entwickelt haben, haben wir uns zugleich kompetent gemacht in Bezug auf Werkstattmethoden, auf Workshop-Methoden. Das heißt, hier seht ihr schon, wie so eine Verbindung aussehen kann von unterschiedlichen Kompetenzen, indem nicht einfach nur Bildchen gemalt werden, sondern diese Bildchen einen Inhalt transportieren, der für uns relevant ist. Wir haben uns im Detail hier mit Moderationsmaterial beschäftigt, also mit Flips, mit Markern. Welche Funktionen haben unterschiedliche Farben? Wie schreiben wir mit diesen Stiften so, dass auf den Flips alles lesbar und erkennbar ist und zugleich auch was draufpasst auf diese Flips? Wie gehen wir mit dem Moderationsmaterial darüber hinaus um? Mit Metaplan-Karten, mit Pins, mit Brown Paper? Welche Arten von Moderationstechniken gibt es? Welche Kommunikationstechniken müssen wir auch beherrschen, um zum Beispiel schwierige Situationen zu meistern, konfliktreiche Situationen zu meistern? Wie gelingt echte Verständigung in solchen Situationen, in denen wir nicht alles vorbereiten können, weil wir ja nicht wissen, was in so einer Workshop-Situation alles passiert? Das heißt, wir haben uns hier mit unterschiedlichen Workshop-Designs beschäftigt. Wie können wir einen gelingenden Workshop vorbereiten? Also für unterschiedliche Kontexte, für Kontexte, in denen es potenziell auch konfliktreich zugehen kann, in Kontexten, in denen es um Visionsarbeit geht, in Kontexten, in denen es darum geht, zu sortieren und Klarheit zu bekommen oder um möglichst rasch, möglichst viele Optionen auf den Tisch zu legen, die dann aber auch weiter verfolgt werden sollen. Und was hat all das mit uns als ModeratorInnen, die einen solchen Raum halten, zu tun, mit uns und auch mit unseren Körpern? Das heißt, wir haben Körperreflexionen gemacht, wir haben Haltungsspiegelungen zum Beispiel gemacht, wir haben Stimmtraining gemacht, wir haben auch Atemübungen gemacht und haben dort eben auf vielerlei Ebene unsere Fach- und Methoden mit den Selbst- und den Sozialkompetenzen verbunden. Wie ging es dann weiter, beziehungsweise wie wird es weitergehen? Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich das konkret noch gar nicht sagen, denn präzise in der nächsten Woche haben wir einen Design Sprint. In diesem Design Sprint werden die Studis anfangen und Prototypen entwickeln, wie die Befähigung der Verlagsgenossenschaft aussehen könnte. Das heißt, die Studierenden entwickeln prototypisch Workshop-Designs, die dann wiederum Lösungen darstellen für die Probleme, die wir bei euch identifiziert haben. Und diese Workshops, die werden dann nicht nur abstrakt irgendwie vorgestellt, sondern die werden im Juli, das ist dann noch einen ganzen Monat mehr hin, die werden dann im Juli auch tatsächlich durchgeführt. Schauen wir uns also nochmal das Curriculum ganz konkret an. Im ersten Semester haben wir gesagt, wir beschäftigen uns mit der Frage, wie konnte das eigentlich normal werden, dass Organisationen anderes, andere und sich selbst ausbeuten. Ab dem zweiten geht es dann in den eigentlichen Dreh rein. Und worum geht es bei diesem eigentlichen Dreh? Naja, Studierende werden befähigt, auf einer methodischen Ebene befähigt, Institutionen zu gestalten. Sie tun das dann auch, und zwar entwickeln sie dafür mit Methoden des Design-Thinkings, in dem Fall dann eben einen Design-Sprint, entwickeln sie Prototypen für die Befähigung von Praktikerinnen und Praktikern, die pionierhaft arbeiten, die bereits jetzt schon die Organisation von morgen gestalten, die jetzt bereits schon eine neue Wirtschaft auf den Weg bringen. Diese Art von Entwicklung von Befähigungskonzepten wird begleitet, methodisch und reflektiert begleitet durch die Hochschule. Und dann werden diese Workshops auch tatsächlich durchgeführt mit den Betroffenen. Das heißt, die werden dann wiederum befähigt, ihre Probleme zu lösen. Und unsere Studierenden fungieren als Prozessgestalterinnen und Gestalter dieser Institutionsgestaltung. Und erst im Anschluss fragen wir uns, was haben wir jetzt auf einer theoretischen Ebene gelernt, über Institutionen und ihre Gestaltung, sowie die Frage, was es bedeutet, in Verantwortung zu gehen. Im vierten Semester gibt es dann noch zwei weitere große Module. Einmal ein Praxismodul, in dem Studis ihre eigene Praxiserfahrung, ihr eigenes Praxisprojekt durchführen können. Das heißt, eine ganz eigene Institution, einmal begleitet durch die Hochschule mitgestalten können. Und dann ist der obligatorische, möchte ich fast sagen, Abschluss des Studiums die Masterarbeit. Und wenn du jetzt sagst, ist ja der Hammer, genau das wollte ich doch immer schon mal studieren. Naja, dann haben wir die Antwort gefunden. Denn genau darum und dazu solltest du Institutionsgestaltung studieren. Wenn du da näher eintauchen willst, dann schreib am besten mal Sebastian. Sebastian ist der Studiengangskoordinator. Und wenn du meinst, doppelt hält besser, kannst du natürlich auch mich anschreiben. Mein Name ist Lars und ich bin der Leiter des Studiengangs. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit.